Frage, bleiben die Werkzeuge auf der Maschine drauf oder? Ja, gut, okay. Und Voranlagen noch, dass wir was wieder genau brauchen, wenn man hier halt geht. Wo muss ich jetzt in den Müllkopf? Ähm, nochmal B. Ja, okay. Jetzt kommen wir doch noch mal her. Ja, gut, er hat drei Anlagen beim A-B. Das ist mal heiß. Aber er hätte auch schon gesagt, ob er eigentlich immer so leicht ist. Das ist aber auch nicht heiß. Das ist ja auch nicht heiß. Das ist ja auch nicht heiß. Das ist ja auch nicht heiß.